Willkommen zurück zu einer weiteren Runde DivesX mit Kochi und wir sind hier an dieser Stelle. Im letzten Video war hier ein Gespräch, aber das ist... Oh, ich kann auch springen. Ah, okay, da er jetzt hoch ist, habe ich leider gar nicht mehr gekriegt. Aber wir gehen erstmal... Termieren die Bar oder hier drücken rein. Dann kriege ich immer das Ding hier weg. Denn hier war jemand, den wir kennen und den... Versuchen wir kurz. Und... So cool. Oh, je... Sie... Ich... Ich... Wir waren... Haben gestern gestichelt und jetzt machen wir... Befragen. Ja. Wir hatten Vertrauen zu Ihnen, keine bösen Absichten und haben Sie um Hilfe gebeten. Als Sie ausgestiegen sind, habe ich Sie gedeckt und das ist jetzt der Dank. Warum? Sie... Sie haben Recht, aber ich... Ich hatte keine Wahl. Können Sie meine Familie beschützen? Können Sie die Sicherheit meiner Familie garantieren? Nein. Natürlich nicht. Ich tue, was ich für richtig halte. Und wenn ich dabei draufgehe... Können Sie das Gleiche auch von sich behaupten? Ich will herausfinden, wer hinter dem Bombenattenthal steckt. Wenn ich Erfolg habe, kann ich vielleicht Ihre Familie und andere schützen. Aber Sie haben noch mehr Familien in Gefahr gebracht. Das stimmt. Ich weiß. Gehen Sie... Und tun Sie, was Sie tun wollten. Bevor ich es mir anders überlege. Reingehen! Okay. Äh, ja. Hat er sich verdient. Da habe ich einen Credits und noch mal eine Zeitung, aber die haben wir auch schon... Mehrfach gelesen. Wir gehen jetzt da oben, die... Die hat uns gestern erkannt. Und wir gehen da die Treppen hoch. Und die Leiter hoch. Und die Leiter hoch. Hm. Sie läuft da oben rum. Jetzt kommt sie gleich rum. Ich gehe mal hier hinter. Denn... Ich weiß nicht, ob die uns sieht. Genau. Da oben der graue Punkt. Und da sind noch andere. Aber die sind dann glaube ich noch weiter oben. Wir haben auf jeden Fall genügend Betäubung. Okay. Da können wir nicht hoch. Ich glaube, das ist die, die wir... Für die wir uns nicht entschieden haben, als wir... Als es um das Golden Ticket ging, um diese Mission. Wenn wir uns hier... Sie kommt bald an. Da ist ein bisschen näher. Wir werden ausschalten. Das ist ein bisschen näher. Okay. Okay. Äh... Gut. Okay. Ich bin gerade ein bisschen gespannt. Äh... Ja, aber schon. Da ist ein Feld. Haben wir den Code? Nee, nee, haben wir nicht. Okay. Eins. Gehen wir den gegangen? Der ist zwar ein bisschen länger, aber... Ah... Okay, ist hier einer? Ich bin mir nicht sicher. Ich... Dächte schon. Nein. Hätten wir doch mal die Leute versteckt. Denn... Wir wurden ein bisschen ertarnt. Aber kein Problem. Äh... Wir sind hier. Ah... 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 Wir gehen. Gib mir mal nach! Okay, hat jemand gesehen? Ich fahr immer nicht so sauer. kommt jetzt noch einer hoch da geht andersrum wir müssen nach oben deswegen interessiert uns hier unten recht wenig ja ok gehen wir hoch und die oben müsste irgendwo eine kamera sein das ist dass wir in besseren betten schlafen als die leute den aber die ganze welt ist unfair Hör zu, wenn mein Quartier groß genug für alle Obdachlosen im U-Tollet wäre, würde ich sie reinlassen. Ist das aber nicht. Also schlafe ich ordentlich und... Schade um die Munition. Oh! Ah! Davon liegt noch ein E-Book, das nehmen wir auch natürlich sehr gerne mit, denn wir brauchen ja die Erfahrungspunkte noch und nicht über die Wurden. Die Schatten im Auge behalten. Na, ein Tau und Dix und Zeitung. Hatten wir uns gesehen? Nein, wir haben uns nicht gesehen, sonst hätten wir da die Dings gehabt. Okay, die Kamera war jetzt nicht so das Problem. Weiß nicht, ob ich da hochkommen. Also ich komme auf jeden Fall da hoch. Aber ob es... Echt jetzt? Echt jetzt? Ohne Scheiß! Es war etwa... Einmal zwei Meter groß. Ein halb Meter hoch. Ohne Sheldach. Echt? 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 Okay, das ist... Echt? 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 Aus der Kamera... Jamieson? Wie läuft's da unten? Ich arbeite mich immer noch durch das Wohngebiet. Suchen Sie ein Zuhause für sich und Ihr Weibchen? Buhh, ich seh' es vor mir. Sie lassen sich nieder, kriegen einen Vollbart und ziehen ein paar Toaster groß. Sie sollten mit der Nummer auf Tour gehen, Shikane. Wie bitte? Der Empfang lässt nach. Die Öffentlichkeit hält uns schon für schuldig. Wir haben keine Chance. So. Oh, ich bin gerade noch angespannt. Da hat mir jetzt ein bisschen sprachlos ein bisschen ruhig, weil jetzt auch mal das ist. So, sind bald da. Gucken, ob wir jetzt reinkommen. Wir haben ja einen verschiedenen Code gefunden, aber nicht den, der hier dazugehört. Und? Warten entdeckt. Ich habe wieder ein bisschen getrickst, habe das gefunden, dass es halt ein paar Sekunden anhält, um halt hier reinzukommen. Machen wir kurz zu, hier können wir ein bisschen durchatmen, aber wir schauen, zeittechnisch liegen wir noch ganz gut im Rennen. Hier noch ein bisschen Munition nehme, alles mit, was wir brauchen. Bio-Zelder, Standardgewehr und Züge. Können wir natürlich nichts weiter nehmen, aber kein Problem. Da drüben ist eine Kamera drin, weiß nicht warum, was dann sich lohnt, aber wir können auch hier nichts wegnehmen. Wir haben hier Bio-Zellen. Ah, hab gerade gedacht, achte. Obwohl wir stark sind, können wir das auch nicht wegnehmen. Gut, lassen wir es stehen. Hier ist irgendeine Kamera, die lassen wir auch da, wo sie ist. So, müssen wir mal gucken, ob wir entdeckt wurden. So, haben wir es uns soweit geschafft, ganz gut. Ich glaube, wir hatten einmal entdeckt, kurz. Aber... Okay, er geht weg. War eine lange Woche. Ja, kann sein. Aber da haben wir zwei Pumpen und ich weiß immer noch nicht, für was sie ganz gut sind. Ich will mal gucken, ob wir da noch was passendes finden, um die einen setzen zu können. Und... Seien wir mal gespannt. Okay, der ist da vorne, der ist erstmal soweit kein Problem, daher... Ich weiß gar nicht, warum wir uns erstmal nicht getroffen haben. Wo läuft der denn jetzt hin? Wir sind hier vorne völlig in eine Richtung. Wir haben uns auch kurz hier entdeckt, ganz bisschen. Die Missionstechnisch dürften wir dann voll sein. Okay, da geht's lang, oder hier geht's lang. Oh, jetzt hab ich aber. So, okay, da sind noch zwei. Außer uns ist niemand hier. Ich würde lieber draussen packat haben. Sie werden die Alp, aber sie kann gar nicht mehr. Okay, jetzt kommen dann so her, können wir ausschalten, oder was ist denn? Ui! Das ist nett. Ich glaube wir hätten auch hier, weil die haben wir nicht so geguckt, auch hier einfach durchgehen können. Und das wäre auch kein Problem gewesen. War sie nicht irgendwo? Da liegt er. Ach hier, bin draufgetreten. Passt nichts mehr rein, ein bisschen voll. Muss hier umgucken. Da liegt auch noch irgendwas rum. Die passt noch mit rein, die war mir grad. Das können wir legen und greifen und die ablenken können, aber gut. So. Ach so stimmt, wir können ja hier so. Das machen. Okay, hier geht's nirgendswo lang, deswegen dürfen wir hier in die Richtung rennen. Du kennst uns und hier sind ein paar. Da oben ist ne Wache und ne Kamera. Hier unten sind... Oh nein, die Kamera ist hier. Darum warten wir und gehen dann den Weg da hoch. Ich bin ziemlich sicher, da war was. Oh mein Gott, das war so peinlich. Wie viel mal habe ich mich jetzt denn verschossen? Okay, ich würde sagen... Machen wir an der Stelle Schluss und das versuchen wir nochmal. Das können wir besser, die haben uns entdeckt. Genau. Machen wir Schluss. Und im nächsten Video versuchen wir das Ganze noch einmal. Es sah jetzt bis dahin ganz so gut aus. Aber dann habe ich fünfmal vorbeigeschossen und das war dann das Ende. In diesem Sinne bedanke ich mich recht herzlich fürs Zuschauen. Ich wünsche euch noch eine angenehme Zeit und nicht vergessen, das Ganze zu kommentieren und eventuell, wenn es euch gefallen hat, auch gern zu abonnieren. In diesem Sinne dann vielen, vielen Dank für das Zugucken und ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal bei Euer Kutschen.